Die Anerkennung der Angeborenen würde und der gleichen unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit alle Menschen und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung zu gewährleisten. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Jede und jeder hat Anspruch auf alle verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Geschlecht, Sprache, Hautfarbe, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Alle haben das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Alle haben das Recht an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten des eigenen Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreterinnen mitzuwirken. Jede und jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung und gegen jede Aufwärzung seiner Diskriminierung. Alle haben das Recht auf einen Lebensstandard, der Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen. Sowie auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung. Im Alter sowie bei anderweitigem Verlust der Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, Eheliche wie Außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in Privatleben, Familie, Wohnung und Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen der Ehre und des Rufes ausgesetzt werden. Alle haben Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Jede und jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Alle haben Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung der Persönlichkeit möglich ist. Jede und jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der Pflichtschulunterricht. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen stehen. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Wahrung des Friedens förderlich sein. Jeder und jede hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für Würde und freie Entwicklung der Persönlichkeit unentbehrlich sind. Jede und jede hat das Recht, in anderen Ländern Vollflugung, Asyl zu suchen und zu genießen. Alle haben das Recht, jedes Land einschließlich des Eigenen zu verlassen und ihren Land zurückzukehren. Jede und jede hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Alle haben das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und ihren Aufenthaltsort frei zu wählen. Alle haben das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Jede und jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung aufgrund ihrer Herkunft, Staatsangehörigkeit oder Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. Jede Familie hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. Alle haben Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Unsere Verhörde ist unantastbar. Unsere Verhörde ist unantastbar. Die Augen hochblicken und dann die Augen aufmachen. Geht. Aber dann wackelt es halt. Ja, ja. Und Einhaltung durch die Bevölkerung zu gewährleisten. Wir müssen mal zur Seite gehen, oder so? Ich muss ja etwas zum Beispiel. Achtung auf der Seite. Super, geil. Du musst dann natürlich bei deiner Obe unten stehen, dass wir auf den Level stehen. So? Ja, du stellst dich dann ordentlich unten in die Kamera. Und macht zum Beispiel irgendeine positive Maske. Geht? Das ist überhaupt gut. Eine, eine. Geht. Und noch. Rennen, Carmen, renn. Gehen, gehen, gehen. Super!